Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir wissen, dass Sie alles verloren haben. Aber Sie müssen Trost in dem finden, was Patriotismus Ihnen bieten kann. Unser großer Führer Kim Jong-un wird Sie lehren, die natürlichen Ressourcen Ihres Landes freizusetzen, um allen Wohlstand zu bringen. Das ist unser Geschenk an Sie. Und Sie? Sie haben uns gezwungen, Ihre Hingabe an die amerikanische Sache zu untersuchen. Bringt ihn weg! Los, weiter! Augen geradeaus, in der Reihe bleiben! Los, Jake! Los, aufstehen! Jake! Lebung, habe ich gesagt! Nicht reden! Los, in den Bus! 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 Helm, Helm, Helm! Hey, Helm! Hey, das ist scheiße! Richtig scheiße! Hey Mann, bist du auch Pilot? Ich glaube, die sammeln uns alle ein. Die haben meine Familie. Wenn ich nicht tue, was die sagen, sehe ich sie nie wieder. Was ist das? Das ist schon ein bisschen. Nicht hinsehen. Schau sie bitte nicht hin. Hey, Halt! Was? Als du gestern Abend die Stimme der Freiheit gehört, da hieß es, dass sie diese Scheiße im ganzen Land abziehen. Immer wenn der Widerstand an Boden gewinnt, kommt die KVA und wir müssen dafür zahlen. Das ist Brennstoff für die Arbeitslage. Die meisten Leute kommen da nie mehr raus. Hier geht's hier. Oberrofahrt wird sofort und margenlos bestraft. Bitte halten Sie Ihre Papiere zur Inspektion bereit. Schon mal bemerkt, wie schnell die Leichen verschwinden? Massengräber, hab ich gehört. Hey, wenn wir ankommen, wo immer das ist, müssen wir zusammenhalten, okay? Wir müssen aufeinander aufpassen. Jesus!